Hallo! Jetzt hast du mich geschockt. Ich wollte ganz normal Hallo und herzlich willkommen sagen. Hallo und herzlich willkommen zu MapleStory. Zusammen mit dem PeeWee. Guten Tag. Und wir machen jetzt erstmal... also wir haben... also was heißt... oh Moment. Nachdem wir beim letzten Mal es total versaut haben mit diesem blöden Forest of Endurance, machen wir jetzt was anderes. Ja, wir haben uns ja... wir waren so gefrustet, wir haben uns ja nicht mal von euch verabschiedet. Sorry. So schlecht ging es. Ja, ja, wirklich. Wir waren echt sehr, sehr genervt. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen erstmal was anderes. Wenn wir ein höheres Level haben, nehmen wir nämlich wahrscheinlich auch weniger Schaden durch den ganzen Kram. Oder kriegen wir ein tolles Item, was uns schützt. Ja, irgendwie sowas. Und dann können wir das immer nochmal probieren, ja. Genau. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit diesen Events, die wir da haben mit dem Stern. Und da gibt es nämlich zwei Sachen. Einmal Event, find the most popular item in the Maple World. The Kingdom Set. Das war das, was du am Anfang, glaube ich, gesehen hast mit diesem Kings Story oder sonst sowas. Und Cassandra's Spring Flower Festival. Ist eigentlich egal, wo wir draufklicken. Jetzt gehen wir erst aufs Erste, oder? Bist du über diesen Stern gegangen? Ja, und dann nochmal auf den Stern. Da habe ich jetzt ganz viel. Achso, ich bin auf die Event-List gegangen. Warte mal. Available Events. Ah, hier. Da habe ich aber vier Sachen. Oh, cool. Ich habe zwei. Find the most popular item in the Maple World. Das können wir jetzt schon mal... Okay, dann lass uns das nur zuerst machen, ja. Ah, jetzt geht meine Maus nicht. Warum geht meine Maus nicht? Jetzt geht sie. Okay. Und darunter habe ich noch One-Step-Event-Info und Beauty-Salon-Tutorial. Ah, okay. Und Cassandra's Spring Flower Festival hast du auch, oder? Ja, ja, genau. Okay. Ja, dann machen wir mal nur die beiden, die wir gemeinsam haben. Okay, dann mache ich jetzt mal Find the most popular item in the Maple World. Mhm. So, da kommt jetzt die Cassandra. Do you know which item is the most popular in the Maple World now? No. No. Oh Gott. Wie sieht denn das aus? The Kingdom Crown of King. The Kingdom Sweet of King. The Kingdom Tress Shoes of King. The Kingdom Cape of King. You can receive attention from other Maples with this item. When I saw Mapler with the Kingdom Crown of King. The Kingdom Sweet of King. The Kingdom Tress Shoes of King. The Kingdom Cape of King. I couldn't take my eyes off on an item. Okay. It looked like... Oh, the Kingdom. Wow. So will ich auch aussehen. So will ich auch aussehen. Aber sowas von. I want to see the Kingdom Crown of King. The Kingdom Sweet of King. The Kingdom Tress Shoes of King. The Kingdom Cape of King again. If you were able to have these items, please come to me. Show me the item and I will give you a gift. We can get the item from the Avatar Random Box in the Cash Shop. Oh, cool. We can't find that. We have to do it like that. We have to buy it. We can't buy it. Oh no. We can't buy it. Promise me you can receive 30 Star World Coins if you keep your promise. What is that? What is that for nonsense here? I don't know. I didn't know that you can only do it through the Cash Shop. But the other Cassandra Spring Flower Festival, we can definitely do it. Okay. I'll do it again. Can you hear that spring is coming? Yep. Yes. I love warm weather. Please collect 10 spring flower seeds around Mabelworld. I want to play in an Azalea. What is that? Azalea. Azalea. Oh, I thought she wanted to do something with it. I don't know. No. A Forsythia and a Clover that bloom in the spring. Every flower has its own floral language. Isn't that sweet? I can't let you know your flower language once. You give it to me. So please bring 10 spring flower seeds and 10 dazzling sunlight to blend a spring flower. Okay. Good. All right. We find them suddenly when we fight. Exactly. And we can do that more times. Good. Thank you. And now you go to your Maple Guide. And then we'll see. Because somehow we already have different things. We'll do your first. Because the people will see what's going on. Okay. So let's do this here with the Grendel. The reality. Odd. Old. Old. Ah. Old. Illynia was originally a fairy town. However, since I became a magic and shop instructor many humans have moved here. All humans should be respectful of the fairies. Since they allow us to join them in their home. You should go visit Rowan the fairy and get to know her first. Since Rowan the fairy is the leader of the fairies here. Once Rowan the fairy approves of you, it will be easier for you to fit in here. Good choice. You can find Rowan the fairy on the right side of the center of Illynia. So. She's here underneath. Yeah, I'm going to be aimed. Oh, okay. Okay. I'm going to be asking, what are you hiding in the air? So. I'm going to go here. Welcome to Illynia, the village of the fairies. I've already read that one. It gets so trusted. Oh, no. It was the other one. Ever since Grendel, the really old move here. The really old. So. Ah. The really old. I don't think so. The village has been filled with these purples. It might as well be a human village these days. So. Ready to complete? Hello. It's a pleasure to meet you. Oh, did you come to introduce yourself? Wonderful. There will be 700 XP. Help the fairies of Illynia will help you build relationships with them. Just like with anyone, really. So. And she has a direct offer for me. Exchanging greetings with Aron. Ah. Jetzt musst du zu der da oben. So, Lumidesi. How are you looking Illynia? Maybe it's time you met some of the other fairies here. How about I introduce you to Aron the fairy? Aron the fairy doesn't like humans very much, but she likes gifts. I suggest bringing Aron the fairy some oranges. Nothing makes us friendly like presents. Now, I'm not saying you should bribe us. No, no, no. I'm saying you should give us lots of gifts. Big difference. Anyway, buy an orange from the Illynia general store and bring it to Aron the fairy. Okay. Okay. Jetzt muss ich zu dem Store. Mhm. Ups. Jetzt muss erstmal wieder die Spielmechanik rein kommen. Äh. Ich find's immer noch verwirrend, dass die Maus die ganze Zeit da in der Luft hängt, während man sie gar nicht verwendet. Kannst du ja auch wegschieben. Dann ist sie nicht da. Ja, dann brauch ich sie wieder. Wahrscheinlich. Ach mann. Ach mann. Ach mann. Ach mann. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Komm, ich komm mit dir. Hier ist der Store. Hier ist der Store. Ach so, der Portal. Ah, okay. Ich war verwirrt wegen dem Zeichen nach oben. Du musst doch... Was musst du kaufen? Orange. Orange. Ah ja, okay. So. Wo war denn? Ich hab doch nicht gesagt wie viele. Ich hab doch gesagt auch Orange. Eine. Ja, eine. Mhm. Okay. Ich hab noch nie was gekauft. Äh. Ah da. Eine. Okay. So. Und jetzt, äh. Wie komm ich denn jetzt hier? Exit Store. Hm? Na? So. Und jetzt... Da oben hin, ne? Mhm. Check. So. Einen Schellen, wer da an Herr der Ringe denkt. Huh? What do you want? I really don't... Hey! An orange! I love these! So what's this all about? You trying to bribe me? Yes. Oh, so Rowan the fairy sent you. That means this isn't a bribe. It's a gift! Nice! Rowan the fairy has pretty good taste in people. So you must be alright. So, und jetzt krieg ich nen Auftrag von ihr. Hast du den jetzt auch schon? Ja, das frag ich mich jetzt auch gerade. Also bei mir blinkt's auf jeden Fall auch. Wie heißt denn dein Auftrag? Äh... Immer noch Exchanging Greetings with Wing. Ah, gut. Das hab ich jetzt auch. Level 25 steht davor. Genau. Ah, cool. Super. Dann haben wir jetzt wieder das gleiche. Jetzt sind wir gleich auf, ja. So. You know, if you want to make even more fairy friends, I have someone you should meet. Wanna go now? Yes. Okay. His name is Wing the fairy. He doesn't like humans, but he's really nice. Once you get past his original hate. Oh, maybe you should bring Wing the fairy a gift. Ehh. Can we just say where? Ah, irgendwie schon. Wing the fairy often go exploring outside of Alinia. I think it's for his homework. Anyway, he'd probably appreciate this return scroll to Alinia. Here, give this to Wing and I bet he'll start liking you. Okay. Okay. Ah, da drüben. Da drüben ist er. Da drüben ist er. Der ist ja hübsch. Der ist ja hübsch. So ein hübsch. Okay. Oh, der Checker. I'm busy, so bug off. Ah, warte. Ich kann's nicht anklicken. Warum kann ich's nicht anklicken? So, jetzt. Ja. Okay. What do you want, human? Ah, when the fairy sent you here? Why would she send a human to me? You smile and hand him the scroll. Okay. Oh, a return scroll. I really needed one of these. You said your name was Lumina, right? Well, thank you. You're welcome. All right. I keep this long off track. Wing the fairy's request number one. Ah. All right. Yeah. Where is it? I just... Oh, hey, Lumina. Sorry, but I'm pretty busy right now. I need to... Hey, wait a minute. Do you think you could give me a hand with this? Yes. Of course. Great. Thank you. I need to pick some... Elevera fruit for my homework, but I can't find the right plans. I know I should do my homework myself, but this is taking so long that I don't care. Yeah, yeah, yeah. I need you to find some for me. I just need three, I think. Shake the plants at the close to the wing. Shake the plants at the close to the wing. Using regular attacks. The plants look like this, but they might be hard to spot. Don't confuse them with other plants. Okay. So we have to get out of the wildness. Or runterspring. That's also a good idea. Okay. So. Na, hallo. Hast du mit? Ja. On my way. We need to look at... What kind of thing do I do right now? I don't know where you put it on. That's a good question. Where I put it on. Uh. 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 Warte mal. Uh. Nein. Nein, nein, nein. Not Return to Mabel. Glaubst du es? Uh. Ich hab schon die erste. Da. Ist doch eh noch eine. Ah, warte mal mit. Nein. Hallo? Wo hab ich denn das hingelegt? Warte mal, wo kann ich das nochmal eigentlich angucken? Äh. System. Über Systemsteuerung. Ja. Ja, wo was ging es da? Äh. Jetzt kann ich es nicht lesen. Ah, auf F natürlich. Auf F natürlich! Wo sonst? Ja, ja. Ich hab's ja so gelegt, dass ich die Zaubersprüche noch gut erreiche. Was ist denn? Nein, das war es nicht. Item Pot. Okay, da. Es gibt jetzt auch irgendwie so neue Schlüssel, die man sammeln kann. Ich weiß noch nicht so ganz, für was die sind. Wahrscheinlich auch wieder was aus dem Care Shop. So. So, so, so. Jetzt läuft's wieder. Okay. Rumi ist wieder voll am Start. Super Sache. Was ist denn mit diesen Pflanzen sollen wir einfach kaputt hauen und dann können wir die Früchte, oder? Ja, man muss ja viermal drauf hauen. Dann habe ich jetzt... Ich habe jetzt zwei Früchte, wie flasst du? Ich habe alle. Ach so, mal wieder. Was was anderes erwartet? Nein, man fragst du überhaupt so. So, West Complete, ich habe auch alle. Super, da komme ich mal herunter. Shoot those slimes. Okay. So. Es ist gemein, dass man hier nochmal hüpfen muss. Das sieht doch nie aus. Musst ja nicht, du kannst auch einfach da stehen bleiben. Ach so, hm, doof. Du hast recht. Ah, nein, was mache ich denn jetzt? Ich wollte doch... Ah, ich könnte auch mal Punkte verteilen. Wenn ich eh schon da bin. Wollen wir nicht erst mit ihm reden? Äh, warte, ja, nee. Ich habe es jetzt gerade aufgemacht. Ich mache schnell. Okay, okay. Jetzt. Ja. Okay, bist du so weit? Ja, ja. Uh, you brought them? That's great. Now I can re... Really? Was Rela 1 mean? Huh? Now I can finish my homework. Whatever. Bug. Uh, okay, cool. Uh, they look just like the picture in my book. You did well, friend. That's right. We're friends now. You did something nice for me, and so I'll do something nice for you. Here, take this. Und wir kriegen noch ein Auftrag. Yay! Das ist ein tolles Geschenk. Oh, man, I really need your help this time, Lumida. I'm supposed to make a magic potion for class, but I don't remember how to do it. Could you go to the magic library and bring me the magical potion guide? Na gut. You're such a great friend, Lumida. The magic library is the building where Grendel the Really Old hangs out. Get the magical potion guide by clicking on it in the bookcase. Okay. So. Hm. Uh, bist du wahrscheinlich wieder da? Klar. Das ist viel zu schnell. Zu schnell für mich, alte Frau. Wie hängt denn der da? Der schwebt. Klick. I got the magic potion guide. Sehr schön. So. Dann gehst du wieder zurück, ne? Mhm. Toll, diese schuhe, die wir da von denen bekommen haben, die gibt's nicht nur für magicians. Toll. Was sagen wir damit? Das ist immer nett gemeint, ja. Der Gedanke ist, was zählt. So. Um, ready to complete. Okay. Once I mix these potions, I'm done. I can goof off for the rest of the... Oh, hey. You're here. And you brought it. Great. Toll, die Blumen als Huberstab. Super, ja. Okay, let's see what I need for... This potion is made from... Slime armpit sweat? Boah. Did slimes even have armpits? Anyway, thank you, Lumida. Humans are so useful. Useful means schon wieder friendly. I mean... Ah, humans are so use... I mean, friendly. Ah, er unterbricht sich selbst. Genau. Here, take this weapon. It's one of my favorites. But I think you'll get more use of it... Use out of it. Enjoy. Na ja, wir können damit gar nix machen, aber egal. Okay. Uh, exchanging greetings with Mar. Good to see you, Lumida. Thanks to you, I finally finish all my homework. Hey, I remember you saying that you wanted to be friends with the fairies. Do you want to meet Mar the fairy? Yo. Mar the fairy is on the top level of Illingia. She loves taking care of pets. So I bet she would appreciate some dry treats. You can buy dry treats at the Illingia General Store. Okay, also we're back to the store. That's ja voll spannend hier, was wir hier gerade machen. Ja, irgendwie, ne? Was denn? Oh, bye, bye. Und wir kriegen nur so Sachen, die uns nix bringen. So ne Mehl-Tüte in Orange. Orange. Da, try a treat. Ich hab eins gekauft. Das muss lang. Das ist gar nicht einwärts gebrauchen. Die sollen mal nicht so anspruchsvoll sein. Wir machen gerade genug und dann kriegen wir Magicians Sachen, die wir nicht brauchen. Vielleicht kriegen wir genug Geld dafür, dass es sich lohnt. Keine Ahnung. Oh, ich bin schon wieder abgestürzt. Moment. Aber bevor wir mit dir sprechen, machen wir mal wieder eine kleine Pause. Ja, schon. Ja, schon. Kommt aber gar nicht so vor, gell? Und sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.